ich habe jetzt acht kommst du okay wollen wir das vergessern hier am rande oder wie soll ich das machen äh ja mach am rand weiter gibt dir mal noch fünf stück also hier am rand ja einfach am rand einmal durchziehen einmal die ganze insel durchziehen so ja aber auch wenn aber gelesen dass der jahre das habe ich das ist das ist das mann mit zischler besprechen wenn sie etwas anderes zu schnappen weil er wird er auch das ist meine freie metro los aber menschen etwa koppelstunden ja ich habe meinen Köln mit dem Räuber Eichwörter oder ja was er meint ein Moment Optionen Grafiker stellen was ist hier los der Koppel der Kabel schauen rechst aber gar nicht aber es wird der Schiff oder drei Stück um für was wenn ich hier auf dem Land Wartierberg mal ein Daniel ich wollte nur drei Stück Junge das ist jetzt richtig bei ihm war dann kann man es hier noch ja aber ich muss es kommen Wörter ja komm es geht von der Fräumeid irgendwie komischerweise ist bei Weich auf einmal auf einmal auf 15 Frames bis heute aber ich doch zum Glück hat nicht es ist gar noch okay so ich glaube ich stelle mich kurz in die Tiefe damit ich wieder leben habe ja aber ich habe das nichts mehr drin ist in der Nähe gut zu gehen Ciao Leben Ciao Weltort ich hoffe das zuhause gemacht habe ich und wenn nicht dann kann ich mich zu euch porten okay ja so willst du mal weiter warte mach du mal weiter mit meiner Steinspitze okay ja ich oder hast du noch eine Steinspitze okay ne ne ich hab keine Weile das ist unnötig so dann mach ich mal weiter Brandt so warte warte ich geh mal nach unten um heuer ist konnte das geflogen okay so hier ist diese Betracht okay m gut dann baue ich mich mal so so dann geht man alle Kabel stück okay ich habe nur elf Stück okay hier er gibt ja sie sind dann jetzt gibt es gibt ja auch noch erwarten er ich bin mit das zu die anderen Prozent war sie die hier unten im Loch so danke so so dann passt du mal hier bei den Generator ab und und verlagern Lerke dass er mal hier oben kurz weil hier um ist er auch noch weiter baut um dort in dort hinten sind noch vor allem Monster dort nicht zu sehen aber gewahrt ein Ding erlaubt worden die Glocke um er hat ja stimmt wir haben ein Kuhle 2 4 4 und ein Kumpel ich weiß eben nicht ist es nicht die Anzeige dass mit dem BL bedeutet er beleuchtet dass sie aber erläutert Stufe 12 ok von 5 gibt man ein Kabel ich bin bei dir ich bin zu dir es ist sechs Jahre nicht dass schlicht die Jünger verstehst du da so heute ja ich nie wir können es sind weiter machen er hat aber nicht mal wenig weiter und das war knapp es hat ein wenig nervig zu treten am Anfang weil wir weiß dass zu wenig aufgaben hat wer hat das hier weggebrochen ein ich soll ich den wieder hinbauen nein ok apropos Aufgaben Skyblock hat nämlich auch irgendwelche Ziele das ist ja klar und die findet ihr alle in der Beschreibung also schaut einfach mal in die Beschreibung und dann findet ihr alle Ziele die wir erfüllen müssen oder versuchen zu erfüllen es soll der abgang sein dort die Insel sind doch schon ganz ganz so schlecht aus ja er warte ich mache eben ein Prozent der Welt o es sind ich war fast verbrannt auch so ist das so ist so weh Ego eben ist nicht schlimm hdn sterbt nur lacht weiter ich mach mal hier unten weiter aber du machst hier unten hier schöne unendlich es wäre vielleicht noch mal eine idee wenn wir eine treppe nach oben bauen das wäre vielleicht mal so ja noch ein bisschen mehr das nervig mit der Zeit er ist echt also das hat mich schon verbaut das ist weg auch mann das wäre eine Treppe wenn es sie so unendlich jetzt sagt er so jetzt machen wir hier nicht in der Welt wir sind und er hat dieser Junge ja sorry das sind die sich die Brüder abdauern ja das wollte ich doch machen er ist sie doch immerhin ist keine gestorben das ist wenigstens mal die Haube so ok da wir jetzt die treppe schnell gut das ist schön die laba hier die laba muss hier noch haben die laba muss noch werden weil wir brauchen komm es dort generatoren werden die sachen was hat wer die dabei oder so ja ich so dann nicht mal die alte kaputte gespielt als erledigt und soll er sich welche mit kann er aufkleiden das da ein Kabel die obere Tasche ist voll unnötig von mir die nicht nach unten verlagern ihr braucht aber erst wenn alles richtig unten jaja klar aber ich kann ja nur generell ja oben oben muss mir ja oben lassen wir einfach nur für das holz also für die setzlinge hat er von euch hier gerade mal zufälligerweise ein bisschen zocker dabei ja kannst du dich hier abbauen nein warte wir müssen den Generator noch mal nach oben setzen ich baue noch ein bisschen Kabel bevor ich hier unten das weiter bauen kann so warte schnell ihr habt jetzt so hier ausgehöhlt so wachs doch Bilder bauen wachs 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 gut dann mach ich hier wohl weiter oh nein ist halt so dumm scheiße was ist das das ist obsidian ja also hä jetzt habe ich keine Lava mehr ach so weil der da gegangen ist ja warte gleich haben wir wieder Lava also es tut uns leid aber das müssen wir cheaten wenn man ohne Lava geht gar nichts ich hätte du es ist zu nahe du hast es falsch gebaut das ist immer noch falsch gebaut ich weiß ich pass mal richtig äh zuerst mal so jetzt setz jetzt die Lava warte jetzt die Lava Achtung Pira äh die kommt da ja auch keine Spätzeuge mehr ebenso ich hab noch eine hier da ich hab sie dir gegeben Gott perfekt und dann ich brauche nur den Kabel einfach ne ja ich mach mal einfach mal ich kann den ich bringe ich sammle das hier ein ja komm das mach ich mal ich sammle eh schon fast jedes ein das ist doch okay so ja du muckst mir einfach alle ich doch nicht ich mach das sowas nichts nein so jetzt gib mal ein paar da ich hab drei Stück der gibt vier der bringt runter der bringt runter bring runter die Chance ja und hol neuer ne also äh wir müssen jetzt langsam die Aufnahme beenden was jetzt schon ja das ist dann machen wir den schon ja jetzt knapp eine halbe Stunde nein doch als wenn Junge doch hast du eine Stoppung oder was wir waren also doch wir haben zehn vorhaben wir angefangen Alter ja für die die ist nicht besser wir nehmen vorab auch also ja das ist also äh das hätte jetzt keiner denken können oder mhm aber wer weiß es gibt schon es gibt verschiedene Leute ja hier schon aber ähm da brauchen wir einfach ein bisschen mehr Zeit noch so oder noch einer da ob sich an meine kommst du warte Achtung ich werf die kommst du runter ne nein ja jetzt sie ist sie sind unten aber da Robin ja 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 ich habe auch Hunger aber ich lasse mich trotzdem nicht in den Hut stürzen ich da ich habe schon wieder fünf eineinhalb hungen ich habe fast gar nichts mehr oh fuck warte rosen worden ist lieber nicht mit der Hand abdrucken und es ist mit der Hand abdrucken ich glaube schneid aber keine und keine Sorge setzt sich nichts ab ok also ich habe das so ein Ohr keine Schneeballschlacht das werden wir brauchen mehr Kabel aber das wäre gescheiter gewesen weil Schnee könnte gegen die Monster benutzen also Schneebälle ja dann ja kann ich ja jetzt auch nicht ändern ja also ich könnte es ändern doch aber ah oh Junge alter also du warst im Weg es tut mir leid äh dein ganzes Zeug ist noch da und wieso hast du die ist das nur er hat was eingesammelt ich hab's eingesammelt äh wie ist das Kopf von Kopf von wo ja mit dem Plugin jetzt gibt er ja dein Kopf yeah jetzt haben wir auch unsere Kopf hier guck mal so dein Eimer ja die können wir uns ans Haus machen welches Haus oh Junge mein Eimer dein Eimer dein Eimer mein Eimer boah ey meine Güte wachst will ersetzen ich hatte dein Kopf ich hab 20 Stück ich hab 20 Stück so so wiegt hinter dir jetzt gemerkt so 4 ja 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 nein ah ich brenne ich brenne wieso brenne ich setz dich ins Wasser nee wäre ich jetzt nicht darauf gekommen ey ich brauch ne Spurtappel ich mach mal ne Spurtappel ich mach mal ne Spurtappel ich mach mal ne Spurtappel so von dort aus damit man irgendwie am besten aussieht ja und vor allem geht das jetzt alles ich hab jetzt das Wasser so eingestellt dass alles unten bleibt und wir nur noch nach 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 unten springen müssen ich steh mich mal einfach mal daneben ja warte ich hab mal den wir haben da oben ja noch einer ja das oben haben wir noch einer ja das oben haben wir noch einer Sauremhändler Robin soll ich diesen einen Cobbledlock setzen so der mich bräuchte neue Spitzhacke ich mach mal ne kurze neue Spitzhacke brauche ich auch noch vier Kabel so äh vielleicht brauch ich zwei Sticks das wär doch gesch eine kleine Idee so wollen wir vielleicht auch den anderen Wettplägen besetzen äh ja aber muss halt ähm ein genug große Radius haben also es muss weit entfernt sein noch zwei weiter oder mein ich glaub bin mir nicht sicher mach da einfach mal so ein ne ich glaub ist es nicht mehr als zwei ich glaub es sind vier weiter oder drei weiter ah warte ich muss jetzt wieder von hier hinten machen geht besser ich mach das einfach mal so einen Strich hin und äh 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 dann 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 wollt ihr noch tschüss sagen ja tschüss tschüss